Jetzt geht es los mit dem Video Viel Spaß! Ich kann nicht einschlafen. Ich bin so aufgeregt. Marlene, komm, du darfst bei uns schlafen, sonst schläfst du ja heute gar nicht mehr ein. Okay, danke Mama. Mama, ich gehe noch kurz aufs Klo. Okay, Maus, dann warte ich hier auf dich. So, hier bin ich. Gute Nacht, Marlene. Sei nicht so aufgeregt. Das wird super, Morgen. Okay, gute Nacht, Mama. Guten Morgen, Schatz. Was machst du denn hier, Marlene? Ich konnte nicht einschlafen vor Aufregung. Ich gehe mich jetzt fertig machen. Toll, Marlene, dann bist du ja heute früh dran. Ich gehe mal den Rest der Bande wecken. Jens, und du machst Frühstück, okay? Okay, natürlich, mein Schatz. Schnell anziehen, Zähne putzen und Rucksack holen, fertig. Hallo, Papa, wann müssen wir los? Marlene, top, dass du schon so schnell fertig bist. Wir müssen in 30 Minuten los. Ich genieße jetzt mein letztes Frühstück vor dem Kindergarten. Marlene, wir müssen jetzt los. Ich komme, Mama. Hallo, Sona und Steffi, lasst du zusammen reingehen? Wenn du jetzt nicht Tribe KL... Wir müssen in 30 Minuten loslegen, � Woche ein Mill ps комп Melissaas prestigept. Wir müssen hierrängen herrücken. kanne pleine. Alle bitte zusammenkommen, die Eltern kommen jetzt. Aber Mama, du bist doch schon da. Das stimmt, mein Schatz. Frau Fichte, hier ist noch ein kleines Abschiedsgeschenk von mir. Oh, danke Marlene. Frau Fichte, kann ich mir hier gleich noch ein Foto machen? Klar, Marlene. Liebe Eltern und liebe Kinder, heute ist es soweit. Unsere großen Blumenkinder, die Schulis, gehen nun zur Schule. Wir möchten uns bei Ihnen für die schöne Kindergartenzeit bedanken und werfen die Schulis jetzt raus. Wir geben jetzt allen Schulis ihre Schultüten und werfen sie dann nacheinander raus. Marlene, das ist für dich. Steffi und Sona, als eure Mutter wünsche ich euch eine wunderschöne Schulzeit und freue mich, euch eure Schultüten übergeben zu dürfen. Bitteschön. Adrian und Alma, das ist für euch. Anne und Anna, das ist für euch beide. Bitteschön. Janik, hier, bitteschön. Julian, auch für dich, bitteschön. Zum Schluss noch die Judith, bitteschön. Ich und die Nina werfen die Schulis jetzt alle raus. Steffi, ich wünsche dir eine wunderschöne Schulzeit. Sona, dir wie deiner Schwester eine wunderschöne Schulzeit. Anna und Anne, euch beiden, eine wunderschöne Schulzeit. Marlene, dir eine wunderschöne Schulzeit. Judith und Janik, euch beiden, eine wunderschöne Schulzeit. Adrian und Alma, euch eine wunderschöne Schulzeit. Zum Schluss noch der Julian, ihr eine wunderschöne Schulzeit. Frau Fichte, können wir jetzt das Foto machen? Klaro, Marlene, komm, das machen wir jetzt. Zu diesem Anlass schmeiße ich eine runde Hähnchen und Pommes für alle. Auf alle, die jetzt Schulkinder sind. Prost! Hurra, auf uns! Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt geht Marlene auch schon zur Schule. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Tschüss! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020